Rock'n'Roll. 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 Da ist er. Da ist er. Skaterpark. Skatepark, Skatepark. Alle mögen Skatepark. Yeah. Ich bin da. Ich hab's nicht hoch geschafft. Hat einen fahren lassen. Einen fahren lassen. Wow. Alter, mega rausgejumpt hier. Das Dombie geht wieder ab. Ich werde niemals übrigens ankommen. Also tut mir leid, Leute. Hier auf dem Channel von mir war, dass ich hier wieder der Blitz bin. Aber ich bin behindert. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Und zack. Und zack. Und los geht's. Ich hab' nicht immer behindert lustig. Stupido. Irgendjemand hat hier Stupido gerufen. Wow. So, jetzt aber volle Konzentration hohen. Zack. Und. Ich muss die Leute erstmal finden. Nö, aber die sind da vorne. Okay, das ist gut. So, wo geht's ab? Was such ich denn hier? Erinnerungen werden machen. Erinnerungen? Ja, wie man hier rum... Als ich Lagerstudio mal gesucht hab in der Nähe. Boah. Boah, scheiße. Als Termin gemacht bin ich einfach nicht hingegangen, weil die so unfreundlich waren. So. Und ich wusste nicht was auffüllen und Acrylnägel und keine Ahnung. Ich hab' mir da mit Händen und Füßen versucht, das zu erklären. So. So. Wo ist mein Fahrrad hingefallen? Oh mein Gott, hier. Bist du da? Was ist hier los? Uh. Bist du, bist du da? So. Wo seid... Ach, Scheiße. Ja, Pano ist da. Ja, ich bin da. Sehr schön. Und ich bin bereit. Aber hier, hier macht es nicht so Spaß wie bei dem anderen. Ja, hier kann man nicht so gut abgehen. Boah, guck mal was hier steht. Guck mal der Typ. Wo? Komm mal ohne Fahrrad bitte. Oder hier, komm mal zu mir hier. Du denn? Ey, wie cool ist das denn? Wo bist du denn, Curry? Hier, ich stehe hier direkt beim Skaterpark. Ich bin der Punkt, der alleine steht. Nicht da hingehen. Ohne Waffe. Ohne Waffe. Guck mal, was der macht. Mist, ich will gucken, warte. Boah, geil. Dann muss ich da immer ein Foto schießen. Ach, cool. Ich hingehe nicht rampeln. Ja, davon mache ich auch mal ein Foto. Das ist ziemlich cool. Und... Zack. Mit dem Zusammenfoto machen wir wahrscheinlich nicht. Ah, da ist er. Ich muss noch Filter und so. Was ist auf mich nicht so nah? Dauert eine Stunde. Brennt der weg? Nee, nee. Ich mache ja nichts Böses. Ich will nur ein Selfie machen. Wie kann ich denn hier verschwommen da machen? Oh, Scheiße. Ich weiß. Die geht natürlich jetzt nicht. Raster, Selbstportrait... Mann, das geht nicht. Nicht schlecht. Okay, jetzt möchte ich es in Selbstportrait machen. So, warte. Wo ist denn der... Stickity-Stick. So, jetzt kriege ich ihn jetzt. Ohne, ich stehe schon wieder auf dem Spum. Steht da einfach ganz da rum. Warte, ich möchte meine... So, jetzt müsste es doch klappen eigentlich. Eine... Ja, Leute. Können wir euch den angucken? Scheiße. So. Was ist der feine Herr? Und zack. Yeah. Voll geil. Ich hab den Fatschknopf, bitte. Sehr schön. Voll geil, ey. Hammer, hammer hart. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich auch. Aber man könnte noch so viele Sachen machen. So, ich hol auch mal meinen Fahrrad wieder. Wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dem BMX rumfahren, ne? Curry, Curry, ich weiß, was wir jetzt machen können als nächstes. Deine Idee... Was denn? Dein Tipp ist doch hier in der Nähe. Komm! Ja! Okay, da fahren wir dann in der nächsten Folge. Ach nee, das ist ja dieselbe Folge. Ja, ich... 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 Ich weiß... Ich... 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 Oh... 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 Egal. Und der... Ab... Hallo Tommi! Tommi? Ja, 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 ja. Hallo Tommi, du bist leider rausgeflogen, ne? Ja, ich bin rausgeflogen gerade aus der Sitzung irgendwie, hab ich auch gemerkt. Wer... Okay, äh... Kennt ihr schon die... Also Paaren kennt die ja schon, aber... Wow, wie viele Leute hier am Strand sind. Hallo! Hä, was ist das? Wie gleich ist das doch gar nicht so. Lädt mich noch mal jemand ein? Oder ich bin ja jetzt nicht mehr bei euch, ne? Ach so, du bist nicht mehr in der Sitzung? Nee, nee, ich bin aus der Sitzung komplett rausgeflogen. Okay, warte. Ein ganz normaler Strandtag. Ah, ne Rampe! Und... Jo! Ne Rampe! Sehr schön! Uhhh... Wupp! Gar nichts passiert. Ahhhh... Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was funktioniert. Da fällt die Achterbahn los. Aber wir warten erst auf die anderen Köder. Ja, ich stelle nur mein Fahrrad schon hin. Ach so, also ich muss jetzt auch mit Fahrrad kommen, oder was? Nee, musst du nicht. Aber halt ohne Auto und so. Nicht rummelig machen. Warte mal, dann muss ich... Nicht rummelig machen. Der Curry, damit ist er gefahren. Wo ist mein Fahrrad? Mit der Achterbahn. Da hab ich so abgefuckt, dass wir immer mit der Achterbahn fahren. Da hat er aber damit nicht gefahren. Ach, jetzt bin ich ja wieder bei mir im Haus gestartet. Wir sind dreimal vor die Nase gehalten, wie Schokolade. Die Fahrt kostet 8 Dollar und das Foto dann davon kostet 18 Dollar. Das sind nämlich einfach Dinge. Aber dafür dürfen wir auch zwei Runden fahren. Übrigens, ach verdammt, ich kann grad nicht ins Dokument, ich kann grad nicht scrollen, aber einer hat den Vorschlag gemacht. Entschuldigung, dass ich grad den Namen nicht vorlesen kann. Ich guck mal, ob ich es vielleicht doch hier sehe. Wir meinen dich. Genau dich. Weil hier ein Quad steht. Jemand hat mir vorgeschlagen, dass wir mit einem Quad... Quad, 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 Quad. Mit einem Quad? In der Ego-Perspektive den Mount Chiliad hochfahren. Ich stell mir das in der Ego-Perspektive schon ganz cool vor eigentlich. Ja. Kann man durchaus mal testen. Ich muss einmal ins Wasser springen, Curry. Wuhu! Dann stell dich jetzt hin. Ich will es machen. Was macht jetzt Domi denn? Domi! Okay, dein Fahrrad ist Geschichte. So. Ich komme gerade wieder zu euch gefahren. Das ist gut. Aber ich brauche eine Waffe mit Visier. Oh. Ich muss mich mal kurz abwaschen, was das ist. Ich hab doch eine Waffe mit Visier oder nicht? Oh, ist das schön. Ab geht's. Die Waffe muss auch mal wieder gewaschen werden. Wuhu! Keine Waffe mit Visier. Ich hab eine. Echt? Du meinst hier zum, äh, hier so eine Sniper oder was? Ja, Visier braucht man gar nicht. Es geht auch ohne. Okay, seid ihr bereit? Ja, der Tommi. Der Tommi kommt ja noch. Ich bin gerade auf dem Weg. Der Tommi muss noch herkommen. Ja, ja. Tommi! Ich komme so schnell wie es geht. Curry, guck mal, ich kann so ganz hoch stehen hier. Cool. Echt? Willst du noch höher stehen? Nein. Nein. Warte! Oh. Curry! Was soll das? Habt ihr euch wieder umgebracht? Okay, es tut mir leid. Schweinerei, ey. Das war jetzt, aber das war jetzt nur, weil du es so angeboten hast. Aber, ähm, der hat das doch mit einem, der hat das doch mit einem Sniper gemacht. Ach, ihr seid da unten. Hey? Das Wild Trampolin hat er mit einer Sniper gemacht. Nein, hat er nicht. Schwör mit einer Sniper. Der hat das nicht mit einer Sniper gemacht. Schwör, Alter. Boah, schwör nicht, ey. Hör auf zu schwören, das stimmt nicht, Mann. Schwör auf Big Mac. Wie ist das jetzt ausgefuckt? Nein! Stellt euch... Hey! So. Okay, jetzt mal... Jetzt... Frieden, ja, bitte? Frieden. Frieden, Tommy. Wie konnte ich denn von meinem Motorrad fallen und du nicht mal vom Fahrrad? Ja, ihr müsst ja... Du musst ja da drauf stehen gehen, Pagolia. Hä? Du musst ja da hin. Also, ich bin der, der schießt. Ja, das wird ja mal ganz kurz vor. Nein, steh jetzt da drauf. Auf was wollt ihr denn schießen? Ja, stellt... Ihr müsst euch hier hinstellen. Ja, keine Position mehr. Ey, hör auf! Oder doch, hä? Auf was wollt ihr denn schießen? Ihr müsst euch... Ah, Leute! Was denn los mit euch? Es ist wieder recht eiskalt. Dommy, hör auf! Okay, du, du hast, äh... Bitte. Ach, ich weiß... Dommy! Irgendwie, wenn ich, wenn ich schiezen will, wenn ich was ausfüllen will... Es tut mir fast nicht leid. Wie geil das aussah, ey. So, ich nehme jetzt den Quad. Ja, aber wir wollen doch was machen. Ja, ja, ich... Ich, 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 ich hunderbreche dich jetzt nicht mehr, Curry. Okay, Curry. Tommi, jetzt, jetzt reiß dich zusammen. Ich mach gar nix. Dommy, du kannst dich doch schon mal da drauf stellen rechts. Ja, ihr müsst... Ihr müsst euch alle zu dritt da drauf stellen. Okay. Alle auf die Ecke, dann... Dann probieren wir das. Okay. Stellt euch schön an den Rand und guckt zu mir. Baut dir nicht. Okay, ich komm rüber geschwommen. Irgendwas in die Hand nehmen würde ich sehen. Nein, gar nix. Hä? Tommi, was machst du denn? Hm? So. Guck zu mir. Nein, du musst hier auf die Ecke. Stellt... Stellt euch an den Rand. Möglich... Also in meine Richtung. Dann will ich mal gucken, ob das funktioniert. Was denn uns töten? Passiert doch gar nix. Weil sie wird zu schwer. Ja, versuch mal eine. Ich geh mal runter. Warte. Jetzt. Hm. Vielleicht wollen wir verarschen. Es wurde auch gesagt, vielleicht sollen wir alle nochmal wegfahren, wenn das nicht funktioniert. Ja, das hab ich auch gesagt. Und dann einfach nichts machen. Was? Also alle nochmal wegfahren, damit das sich irgendwie regeneriert oder so. Fahren jetzt einfach in die Stadt. Also nicht ganz in die Stadt, sondern halt hier vorne. Ich fahr kurz aufs Meer raus. In die Häuser. In die Häuser. Ja, ich glaub das reicht nicht. Das reicht nicht? Oh. Dann fahr ich nicht aufs Meer raus. Ich glaub wir können lieber in die Stadt fahren. Oh. Okay. Auf geht's. Okay. Du bist der Boss. Mann, das soll funktionieren. Das sah so cool aus. Ja. Das gehen wir schon in den BM. Oh. Oh. Kannst du mich grad mitnehmen auf dem Fahrrad? Nee, das geht leider beim BMX nicht. Ach, das geht dann nicht. Oh Mist. Sonst gerne. Nee, dann besorg ich mir schnell was. Ab geht's. Okay. Ich wollte den auch umfahren. Wo hast du denn hier für den Rucksack? Geh weg. Fahr einfach nur ein Stückchen weiter voraus hier. Warte, nö, 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 nö. Warte, nö, nö. Warte, nö, nö. Warte, nö. Warte, nö, nö. Warte, nö, nö, nö. Warte, nö, nö. Warte, nö, nö. Ich hol mir gerade n Auto jetzt gerade. Boah. Ja, Curry, dann erzähl mal, fahren wir jetzt ein Gebäude hoch? Nee, wollten wir das nicht noch mal probieren jetzt? Doch, ich würde es auch noch mal ausprobieren, eigentlich gerne. Aber jetzt muss ich mal ein Motorrad holen. Ihr könnt auch innen draufsteigen, also einer kann mitfahren. Nee, nee, auf den Quad geht nur einer. Ach so, okay. Mann, Tommi, das musst du doch wissen. Nee, das weiß ich nicht. Normalerweise kann man da auch zu zweit drauf sitzen. Ja, hör mal, das weiß ich nicht. Ja, normalerweise kannst du da auch zu zweit drauf sitzen. So, Tommi. Jetzt. Dommi. Ey. Probiert jetzt gerade noch mal. Ja, wir gehen jetzt gerade noch mal hin. Okay. Dann hoffe ich doch mal, dass das jetzt funktioniert. Was? Leute, Alter, Dommi, ey. Was ist denn los mit euch? Ey, der Dommi hat sich heute gar nicht im Griff. Okay, mein Fahrzeug ist doch schwer, du hast mir gerade einen Gefallen getan. Jetzt kann ich endlich doch... Aber ich habe jetzt keinen getötet, oder? Nee, nee. Okay. Okay. Du bist auch da. Ich bin hier. Ich glaube, das wird gepatcht, oder? Also, zumindest sieht es so aus. Ich bin zu nah an dein... Nee, Tommi. Okay, stell dich am Rand. Hä? Oh, ich schieße jetzt kotzen manchmal. Blöde Kuh. Kann doch nicht sein. Wo schießt er denn dahinten, ey? So, dann geh mal ein bisschen weiter weg. War doch gar nicht mein. Passiert einfach nichts. Mit was für einer Waffe schießt du? Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist egal. Er schreit den hier so rum und warum wähle ich immer die falsche Nummer? Passiert einfach nichts. Was geht hier los? Okay, lass mich mal draufstehen. Ja. Muss halt auf die Kante schießen. Genau mit der Waffe. Versuch mal mit der Waffe. Genau. Du bist zu nah an deinem gegenwärtigen Fahrzeug. Genau. Und dann schieß mal auf die Kante hier. Warte, stopp, stopp. Warte, nur einer. Ich muss kotzen. Sorry, Tommi. Mach es. Es klappt nicht mehr. Aber es glitscht nicht rum, ne? Nee. Also es glitscht ein bisschen rum. Also alt war das Video noch gar nicht. Ja, es glitscht ein bisschen? Es glitscht schon ein bisschen rum. Es glitscht jetzt doch jetzt, ne? Mir passiert nichts, ja. Du schießt nicht gegen die Kante. Wir werden jetzt sehen, was wir da machen können. Gegen die obere Kante? Genau. Du triffst es nicht. Du triffst... Ja, du triffst die ganze... Du schießt die ganze Zeit drüber. Drüber? Ja. Jetzt hab ich gerade getroffen. Nee. Aber von mir aus sieht das aus, als würde ich die Kante treffen. Warte, ich gehe mal in den Ego-Modus. Das glitscht schon ein bisschen, ne? Ja, es glitscht schon ein bisschen, finde ich. Ja! Ey! Was? Jetzt glitscht es mega gerade. Es hat gerade mega glitscht. Was machst du denn da, Dommi? Ja, also ich treffe die Kante bei mir. Ja, bleib stehen! Tommi, bleib stehen! Ja, ja. Hey, warum glitscht es denn? Es hat doch gerade geklappt. Ja, gerade hat es kurz geglitscht, ne? Ich raste gleich aus, es glitscht einfach nicht mehr. Es glitscht nicht mehr. Ich baller einfach ein Magazin nach dem anderen drauf. Ja, du schießt Tommi gegen den Fuß. Nein! Ey, das muss doch funktionieren! Hm. Ey, rastet mal nicht so aus. Ja, aber es kann doch nicht sein! Es geht nicht! Ich will, dass das jetzt klappt. Warum klappt das nicht? Oh, Entschuldigung. Ja, es geht nicht mit der Schrotflinte. Das muss... Ich hab keine Schrotflinte! Ne, aber der Dommi. So. Ich werfe gleich eine Granate zu euch. Ey! Ey! Oh, sorry! Oh, sorry! Das tut dir natürlich mega leid. Mann, das war nicht extra! Also versuchen wir das mal links. Links mit der Kante. Bei solchen Sachen hab ich halt immer Angst, dass das im Video irgendwie fake ist, und man das dann nicht so voll versucht. Hä? Aber das war ja nicht fake. Das war ja... Ey! Genau, Tommi, geh mal da hin! Ich hab jetzt dir gar nichts getan! Naja, wenn's nicht... Könnt ihr vielleicht schon mal was aus der Liste nehmen? Huah! Ja, stimmt. Juhu! Schöne Musik hier! Aber es scheint nicht zu gehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, ich wollte die Gesamtlautstärke noch lauter machen. Es geht anscheinend wohl nicht mehr. Nee! Geht nicht mehr. Mano! Mano! Schweinerei! Okay, da müssen wir uns jetzt irgendwas einfallen lassen. Was machen wir als nächstes? Hat einer von euch einen Blick in die Liste? So was mit den Prostituierten machen? Und ich hab leider keine... Wir haben ja auch noch die... Die... Die Spielmodi, ne? Ah, stimmt! Also die gäb... Die gäbs auch noch. Dann... Hau doch rein! Wollen wir den jetzt machen? Einen davon? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, das sollte eigentlich viel Spaß machen. Also ich kann mal gucken. Während ihr hier aufräumt. Boah, ist das schön. Upsala! Schöne Bilder hier, schöne Bilder. Okay, schau mal nach. Was hab ich denn hier? Jobs. Jobs. Jobs spielen. Markiert. Kriegt mich nicht ihr Bullen! Ihr kriegt mich nicht! Da will man einen Job raussuchen und dann killen einen die Töten... Äh, die... Da killen einen die Töten. Es ist sehr spät eigentlich gerade. Also... Okay. Okay. Konzentration. Konzentration. Wupp! Job spielen. Oh yeah. Also markiert. Was haben wir uns denn erst... Markiert habe ich mir das... Jo, da haben wir doch. Looping down the wall. Das hört sich doch nice an. Ah, oh Gott. Das hört sich doch nice an, meine Damen und Herren. Das hört sich echt nice an. Das schaffen wir. Dann hau rein, Curry! Okay, ich lad euch... Jaja, ich starte gerade. Hau rein, Curry! Immer mit der Ruhe, Mann! Mann, ey! Pan-Pan-Doria, ey! Pan-Doria! 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 Manet-O-Wi-A! Pan-Pan-T-O-Wi-A! Kacke-Lulia! Okay, ich lad euch ein. Spiele mit ähnlichen Fähigkeiten. Info-Beigetrain. Meine, aus aktueller Sitzung. Zack! Rein mit euch! 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 Unter Jobliste, Curry und los! Ich will Self-Audio hören. Ich glaub, jetzt wird... Ich glaub, jetzt wird... Das wird Self-Radio hören. Self-Radio. Self-Radio-Zeit. Wo ist denn das Self-Radio? Da! Los geht's! Eigene Fahrzeuge ein. Mit Supersportwagen, ne? Kein Kontakt, Punkt zu Punkt. Verkehr aus. Wetter, Tageszeit, Mittag. Unbewölkt. Okay, Leute. Wir machen alles schön nacheinander, ja? Also wir fahren jetzt nicht wirklich das Rennen, glaub ich, oder? Wir spiel... Hä? Doch, klar! Also ich weiß ja nicht... Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich so ein Rennen ist. Ich glaub sowieso nicht, dass wir alle direkt durchkommen, Curry. Ich mach dich platt. Okay! Wir fahren jetzt die Wand runter. Okay. Alright! Wir fahren jetzt die Rand... Äh, die Rand runter. Die Rand runter. Komm, welchen nehmen wir denn? Boah, ich nehm den Centaur noch, glaub ich. Ich glaub, ich nehm den Entity. Ja, komm, ich nehm mal. Link nehm. Gelb. Okay. Also ich bin... Ich freu mich auf jeden Fall darauf. Nee, ich nehm meins. Bin gespannt. Ah! So wunderbar. Max Tork hat das, äh, gebaut. Max Tork, seid ihr bereit? Max Tork, ja. Ich bin bereit. Oh! Looping down the wall. Wir hatten hier auch gelb. Was soll die Scheiße? Ich hab auch gelb. Oh Gott! Boah! Boah! What the hell, ey? Was ist denn hier los? Ja, ja! Es geht los! Hä? Oh Gott! Ich hab schon verkackt! Ich auch! Ich auch! Was ist hier los? Alter, was ist ne Megastrecke! Jaaaa! Panoria ist auf dem ersten Platz! Ohhhh! 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 Ey, man schafft es nicht, darüber zu kommen. Scheiße, nein! Ich schaff's auch nicht! Oh nein! Schade, ey! Oh Scheiße! Nice! Scheiße! Nochmal! Das war Anfängerglück! Okay, Scheiße! Wie halt ich nochmal auf? Doch, man schafft's! Ohhhh! 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 Ach fuck! Man muss halt genau in der Mitte fahren! Ahhhh! Hast du einen Respawner letztens? Runter gefallen! Oh Mann! Volle Pulle! Und! Ohhhh! Ohhhh! Ich will zurück zum Kontrollpunkt! Ey, das kann doch ein... Ey! Nein! Nein! Das ist doch nicht wahr! Was denn? Ey! Nein! Was denn? Ist doch wohl wirklich nicht die Möglichkeit! Was denn? Ich bin... Ich bin... Ja! Es ist halt einfach unfassbar... Boah! Boah! Wie der rumstreicht! Geil! Er brüllt mir einfach mein Ohr weg! Ich tut mir leid! Aber es ist so krass, ey! Ich will respawnen und kann nicht! Nein! Ich fahr hier unten in der Stadt rum! Wie hast du dann gedrückt halten, Tommy? Ja, hab ich! Oh nein! Ich will gar nicht wissen, was jetzt kommt! Hä? Wie soll man den Sprung denn schaffen? Das kann doch gar nicht sein! Ah! Okay! Kann doch gar nicht funktionieren! Ich hab den Sprung auch noch nicht hingekriegt! Ich hab noch nicht mal den ersten hinbekommen! Oh Gott! Also du kommst ja gar nicht so weit! Ja! Nein! Boah! Ich hasse dich schon, ne? Ja! Scheiße, ey! Ich fühl dich doch wie nur hört und ich weiß, was da los ist! Er ist so geil! So, den ersten hab ich jetzt geschafft! Wie den ersten hast du? Ich bin drüber! Jawoll! Hä? Wie denn? Alter! Ich hab den Riesen-Looping genommen! Boah! Fuck! Äh, keine! Es ist keine Runde! Es ist einfach nur... Scheiße! Dann bin ich wieder gestürzt! Achso! Ja, dann weiß ich Bescheid! Dann mach ich nicht! Boah! Das ist krass! Das ist echt richtig krass! Das hat was von Trackmania in GTA irgendwie! Mist! Ich hatte doch den Tipp von jemandem, wo ich die Kamera hier irgendwie anders einstellen kann! Naja! Okay! Man muss die Rampe auf jeden Fall perfekt bekommen! Sonst hast du keine Chance! Du musst so viel Tempo haben! Kann man hier keinen Loop... Boah! Krass! Da braucht man richtiges Tempo! Hast du es geschafft? Curry! Du hast mehrere solche Rennen, ne? Ja! Hast du es geschafft? Ja klar! Ich baier die ganze Zeit auch weiter! Ja klar! Sagt die! Ja klar! Hey! Können wir das machen! Ich bin so schlecht! Oh fuck! Ich komm da einfach nicht rüber! Ich bin die Beste! Ich hab zu wenig Speed dafür! Ich glaube es! Scheiße! Ich glaube, das liegt einfach am Auto, das ich hab! Du hast doch auch einen Centorno genommen, ne? Ich auch, ja! Aber ich bin schon... Ich bin... Ja, ich komm irgendwie immer falsch auf! Okay! Ich bin hier kurz vom Ziel! Ich warte aber! Ey! Das gibt's doch nicht! Ich hasse es! Ich hasse es! Mann! Guck mal gar nicht, ob man die Leute hier irgendwo sehen kann von hier aus! Wissen da vorne irgendwo sein kann! Okay! Nochmal! Oh Mann ey! Scheiße! Ich hab's jetzt wieder nicht hingefängt! Es muss doch jetzt irgendwie funktionieren! Fuck! Jaaaaaaa! Kommen wir hier jetzt an! Mann! Ich bin neben den Checkpoint geflogen, Mann! Okay! Ich hab's irgendwie weiter geschafft! Krass! Ich schaff das noch! Ich schaff das noch! Ich schaff das noch! Ich schaff das noch! Ach du Scheiße! Fuck you! Mann! Scheiße, ey! Das Rennen ist ja so krass! Konzentration! 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 Ach, das wird doch wieder nix! Oh, ich hab's aufs Parkhaus geschafft! Ey, wenn du es einmal nicht gut schaffst, also du wirst da irgendwie abgebremst... Da müsste mal also gleich jemanden da oben... Ah! Du wirst immer abgebremst! Äh, fliegen hören, fliegen sehen! Ah, man fährt ja dann irgendwann sogar noch durch die Stadt! Komm schon! Komm schon, nein, zu kurz! Wer kommt denn da? Mann! Ey, ich glaub das nicht! Nochmal! Komm mit den Altis jetzt, muss das funktionieren! Oh, ich muss hier mehr Speed holen! Das muss klappen! Da oben! Da oben sitzt du! Ach, krass! Ey, ich krieg einfach nicht den Speed hin! Warum? Ach, da bist du! Ja, hin hier! Bist du schon alles abgefahren, oder was? Ja! Bist du schon alles abgefahren, oder was? Das gibt es doch nicht! Ich schaff das einfach nicht! Warum schafft ihr das und ich nicht, Mann? Wo bist du denn, Curry? Ich bin immer noch bei dem Looping! Beim allerersten! Ja, gibt's noch mehr, oder was? Ja, da kommen noch ein paar Sachen auf dich zu! Da fährt er runter! Da, 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 da! Ah, ne, das ist so kurz! Okay, okay, ich glaub ich hab's raus! Ich glaub ich hab's raus! Ich kann's jetzt schaffen! Okay! Ich kann's jetzt schaffen! Komm schon! Komm schon! Ja, das sieht gut aus! Ja, das sieht gut aus! Ich hab's! Ich hab's! Jaaaaa! Nice! Und weiter geht's! Wumm! Da oben ist der Curry! Wuhuuu! Da oben ist der Curry! Ich bin frei! Stopp! Stopp! Ich bin frei! Ei, 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 ei! Ey, wie lange man hier noch durch die Stadt fährt, was ist denn hier los? Zack! Und weiter geht's! Nächster Halt Sieg! Ne Quatsch. Boah, das Rennen ist ganz schön lange, ey. Wie sie lacht. Okay, ich will die nächste Ramp haben, bitte. Nächste Ramp habe ich gesagt. Oh, wo fährt man denn jetzt hier lang? Ist jetzt jemand durch Ziel gefahren? Ja, ich glaube, ich bin durch Ziel gefahren. Wir enden Domi Sporting-Vorpommern. Das tut mir leid. Oh, mega leid. Ich bin auch schon durch. Ey, jetzt kann ich das Rennen nicht zu Ende fahren. Bist wahr? Warum nicht? Ja, weil die Zeit jetzt abläuft. Ja, fahr! Doch, das schaffst du! Komm, go! Ich schaff das nicht mehr. Ich habe nur noch sieben Sekunden. Ja, fünf! Wir können es ja noch mal fahren. Ich fand das ziemlich geil eigentlich. Eins, und... Ja, toll! Ne, Domi, ich hasse dich jetzt! Das tut mir leid! Der Domi ist heute der Pringer, echt! Der ist so aggressiv, der Typ, ne? Der hasst uns alle! Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe den Domi gesehen. Der Domi kam um die Ecke gepelzt. Da dachte ich, jetzt fahre ich auch schnell ins Ziel. Gepelzt? Guck dir das mal an! Guck dir das mal an, ey! Okay. Wir wiederholen das aber sowas von nochmal. Das kann nicht sein. Das kann nicht angehen. Gefällt mir doch. Gefällt mir. Gefällt gut. Ja, gefällt gut. Gefällt gut, ja? Gefällt gut! Wir müssen jetzt alle auch wiederholen. Ja, machen wir. Aber es ist wirklich ein geiles... Ja, du brauchst, du brauchst gar nicht, du brauchst jetzt gar nicht hier versuchen, dich da rauszureden. Das ist jetzt... Du hast verkackt, Domi. Ja, ich hab verkackt. Aber echt. Aber es ist schon... Ich glaube, der Domi bei der Letztes nicht mitspielen konnte, war das GTA. Ja, 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 ja. Das hat sich einfach alles aufgebaut. Angestaut, ja. Das war schön. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich will wieder das Safe-Radio hören. Wo ist das Safe-Radio, Mika? Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist ein ganzes Mal. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr ist eine gute Ausfluchung. Bis zum nächsten Mal.